hallo und herzlich willkommen bei red or gamble ich bin heute wieder auf die und heute ist das spiel crossing void was ich auch schon drin hatte wo mir bloß 6 mal wieder abgestürzt ist ich würde das mir runterladen ich will mir das ticket holen ich werde es allerdings nicht spielen ich würde euch dafür gleich was anderes zeigen also sage ich mal dann bis gleich so ich habe das ticket erreicht nämlich nur hier auf der startseite war ich hole mir das ticket ab und ich werde jetzt das einfach spielen da haben wir das spiel ein bisschen musik machen so ich weiß nicht wer von euch das spiel kennt ist ein sehr bekanntes spiel eigentlich ich Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz oben in die Ecke rein, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ernte diese Klee. War das der Klee? Ich hoffe es mal. Okay. 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 Hm, was war das gewesen? Fütter, die Kuh, dreimal, jawohl. Ab Level 6, warum ist das hoch, wenn er steht ab Level 6? Hm. Ja, draufgedrückt, abgebrochen, trotzdem gekriegt, auch nice. Ja, draufgedrückt. 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 so der unterschied ist jetzt bei den zwei stunden ich brauche mir das ticket nicht abzuholen ich habe automatisch ans gewinnspiel daran teilgenommen dann muss ich erst noch abholen und dann nehme ich daran teil bisherige gewinnspiele heute ist das das erste was ich gemacht habe ich habe du nimmst daran teil da habe ich noch einmal daran teilgenommen und ja da könnte ich jetzt noch mal nachschauen ok ich hatte da vorher noch mal einen gehabt da weiß ich jetzt nicht wer gewonnen hat das dauert jetzt halt ein bisschen es sind ja immer alle zwei stunden als war ja muss halt zurück rechnen dann zwei stunden bis dahin wird gesagt wer gewonnen hat und bei zwei stunden die tickets sind halt hier preise ein amazon gutschein google gutschein da auch google amazon und steam obwohl das ist das einer ein amazon gutschein ein steam gutschein und ein google gutschein die kann halt gewinnen und das da muss ich noch mal auf täglich zurück gehen aber ich denke mal nicht dass ich gewonnen habe ich hätte ja sonst die nachricht bekommen kommt da da will wohl nicht naja ich denke mal wenn würde hier was stehen du hast ein gewinnspiel ticket halten jawohl und den habe ich erhalten also den hier aber war nichts ja ok ich habe jetzt auch gelöscht na gut ich würde mal sagen das war's für heute ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video bleibt bis dahin viel spaß und auf wiedersehen ciao 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 ciao